Heute war ein brutal geiler Tag, was Wetter angeht, ne? Die Röcke werden knapper, frei leben. Du sagst es, Bro. Röck it out, man. Wer von euch ist Single? Eins in den Chat. Mandy hat Beziehungsprobleme. Jesus, die Mother hat eine offene Beziehung. Echt, ja? Meine Freundin ist bisexuell. Okay? Den Bruder würde ich jetzt gerade gerne eigentlich mal in Discord reinholen, wa? Ich hör's dir. Ich bin der heiß im Club. Bestell mir noch ein Glas. Ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Was läuft, was läuft, was läuft? Rosti it in, man. What's up, Bro? How you feel, how you feel, how you feel? Was geht ab, Freunde? Live it in. Jerome, ganz genau, Bruder. Du wehst schon wie das läuft, man. Schöne Grüße gehen raus. Aus der Hütte im Wald. In eure Richtung. Wo auch immer ihr euch befindet. Heute war ein brutal geiler Start, Digger. Äh, Digger. Ich hab manchmal so einen dummen Sprachfehler. Heute war ein brutal geiler Tag, was Wetter angeht, ne? Zwitscher it out, man. Hörst du das? Die Zwitschi-Vibes, jo. Ja, Mann, Digger. Bruder, heute gefühlt 30 Grad. Wie ist das Wetter bei dir? Sehr geil. Was war heute? Heute waren schon, ich glaub, 18 Grad hat er bei mir angezeigt, so. Das soll sich wohl die Tage auch ein bisschen halten, das Wetter. Dadurch, dass ich im November hergekommen bin, das waren ja die dunkelsten Monate in Deutschland eigentlich. So November, Dezember, Januar, Februar. Äh, man muss schon sagen, wenn dann die Sonne ein bisschen rauskommt, dann hat man dieses richtig geile, dieses so, man fängt wieder an zu leben Gefühl. Ich glaub, in manchen Völkern ist sogar der Frühlingsanfang der Jahresbeginn, was für mich auch Sinn macht, weil da wachsen die Pflanzen wieder. Sonne kommt raus. Leben, Leben ist wieder da. Das Wetter macht so viel aus, Digger. Direkt bessere Laune. Ja, keine einzige Wolke den ganzen Tag. Sehr, 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 sehr nice. Bestes Leben in deiner Hütte. Ich muss sagen, langsam find ich das auch. Also ich hab ein paar Tage, also gerade wenn's dunkel war, so in der dunklen Zeit, hab ich mich auch schon manchmal, hab ich mir gedacht, so scheiße, Bruder. Du bist auch noch von der Welt abgeschottet und dann auch noch im Dunklen und so. Dann hat das schon so ein bisschen, ja, hab ich mir so gedacht, shit. Aber jetzt, wenn die Sonne scheint, ist es richtig schön hier zu sein, auch die Tiere zu sehen, die Vögel zwitschern zu hören. Auch vielleicht sogar gut, auch ein bisschen weiter weg von den Menschen zu sein. Ist schon cool, auf jeden Fall. Ich bin hier, ich bin hier auf jeden Fall happy gerade. Jerome sagt vier Monate im Jahr einfach Wintersleep und kein Life. Ja, Bro, fühl ich. Das war auch der Grund, warum ich damals mir immer schon vorgenommen hatte, dass ich im Winter das Land gerne verlassen würde, so. Ich schwör's dir. Weil jedes Mal, wenn's von Sommer dann Richtung Winter geht und die Tage dunkler werden, die Tage kürzer werden, weniger Sonne scheint und so, hab ich immer, nee, Depri-Vibes im Brain. Ja, alleine dieser Frühlingseinbruch macht was mit einem. Ja, das ist geil, man fängt wieder an zu leben, Bro. Man fängt echt wieder, man fängt wieder an zu leben. Man ist motiviert. Frühlingsgefühle kommen auch wieder hoch. Ne, Freunde, wie sieht's da aus bei euch? Wie sieht's beziehungstechnisch aus, Leute? Wer von euch ist Single 1 in den Chat? Wer von euch ist vergeben 2? Der Danny fragt, wo ich trainiere zur Zeit? Bei Clever Fit, Bro. Die Röcke werden knapper frei leben. Du sagst es, Bro. Röcke alt, man. Geil, Alter. Fast nur Singles in meiner Community. Scheiße. Auch auf Twitch, Bruder. 1, 1, 2. 2 mit Schwierigkeiten. Mandy hat Beziehungsprobleme. That's not good. Dann musst du was tun. Vergeben, offene Beziehung. Jesus, die Mother hat eine offene Beziehung. Echt, ja? Wie läuft denn das ab bei euch? Dürft ihr quasi beide machen, was ihr wollt, oder was? Oder wie gestaltet sich das? Das interessiert mich jetzt, Bro. Das interessiert mich jetzt, wie ihr das gestaltet bei euch. Ich meine, ich hab schon öfter mal gehört von offenen Beziehungen und so, aber ich frag mich halt immer, wie man das dann im echten Leben wirklich dann lebt. Ibrahimovic sagt, offene Beziehungen ist doch komplett Schwachsinn, oder nicht? Ja, wie gesagt, wenn es irgendwie einen Deal oder eine Einigung gibt, die beiden Parteien gut tut, dann ist es auch okay. Aber ich hab mir halt für mich persönlich in meinem Leben, wenn ich mir das so vorgestellt habe, schwierig, da einen Nenner zu finden. Weißt du, was ich meine so? Und dann muss man natürlich auch die Partnerin, man muss natürlich auch dann die Partnerin im Boot mit drin haben. Und das halt ist schwer, sich vorzustellen, wie man das im echten Leben leben soll. Er schreibt gerade, warte, er hat gerade geschrieben, wo ist er denn hier? Nee, ähm, meine Freundin ist bisexuell. Okay. Das heißt, du schläfst auch mit anderen Frauen, bringst sie auch mit nach Hause oder was, mäßig. Aber kann deine Freundin auch mit anderen, also schläft deine Freundin auch mit anderen Männern? Weil das ist dann nämlich so, nee. Aber auch so, wenn du überlegst, also keine Ahnung, da kommt doch, also man muss schon echt, man muss schon echt krass locker drauf sein und da gehört eine krasse, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich selber einer bin, der, wenn er richtig liebt, nicht teilen möchte so. Also wirklich nicht teilen möchte, ums Verrecken nicht teilen möchte so. Und ja, deswegen ist es, finde ich, es immer so krass, wie andere Menschen damit umgehen können. Also das nachzuvollziehen, weißt du, wie ich meine so? Weil selbst wenn du jetzt nur immer eine andere Olle mit nach Hause bringst und ihr habt dann Sex zu dritt mit deiner Freundin zusammen, irgendwann entstehen doch komische Situationen. Irgendwann entsteht doch irgendwie auch ein Eifersuchtsfaktor und so, oder? Oder läuft es dann einfach durch und ihr seid dann beide so cool damit einfach down? Den Bruder würde ich jetzt gerade gerne eigentlich mal in Discord reinholen, wa? Bruder, der lebt den Traum, sagt er. Ich habe in Tulum auch eine kennengelernt, die so einen Deal hatte mit ihrem Mann. Der durfte auch Sex haben mit anderen Frauen, aber nur zu Hause bei denen. Also auch nur, wenn sie mit dabei war. So. Crazy. Also es ist ein Versuch wert. Ich würde nicht generell sagen, dass ich das nicht machen würde. Es ist ein Versuch wert, so. Aber wie ich das mittlerweile, also wie ich das jetzt in meinem eigenen Leben mitbekommen habe, so, keine Ahnung. Also die Frauen, die ich mir ausgesucht habe, die waren auch vom Eifersuchtslevel auf dem ähnlichen Level wie ich. Und ich glaube, von uns beiden wäre keiner dafür bereit gewesen, den anderen zu teilen, so. Und ich kann es dann auch verstehen. Weißt du, man muss da schon dann die richtige Partnerin für finden. Der Jesus, die Mother sagt jetzt dazu, man muss einfach open-minded sein. Offen für alles und alle. Ja, okay. Okay. Cool. So. Nehme ich so mal mit, was ich meine so. Ich kann dir das, also keine Ahnung. Ich habe selber da keine Erfahrung gemacht. Och ne, das finde ich nicht so dolle. Okay, die Mandy findet das nicht so dolle. Wenn du wirklich mal jemanden bedingungslos liebst, willst du keinen anderen. Du kommst nicht mal auf den Gedanken, weil es genug Tuung auf vollster Ebene ist. Ja, das ist ein schöner Satz, Roasty, und das hoffe ich mir für mein Leben auch. Das ist doch so die Aussicht, die ich habe. Zu eifersüchtig ist aber auch schlecht, oder? Ja, definitiv. Also ich muss da ganz klar sagen, dass ich in meinen vergangenen Beziehungen auf jeden Fall, auf jeden Fall teilweise echt zu eifersüchtig war. Und das ist, das bringt einfach keinen guten Vibe in die Beziehung mit rein. Vor allen Dingen, wenn es grundlos ist so. Vor allen Dingen, wenn es so ist, dass eigentlich das Gegenüber voll verliebt ist und niemals was tun würde und du aber trotzdem irgendwelche Eifersuchtsfilme schiebst auf irgendwelche unnötigen Dinge, die gar nichts mit der Liebe zu tun haben, dann bringt das so ein Virus mit in die Beziehung rein. Das ist überhaupt nicht gut. Und ich habe mir das auch für mich vorgenommen, da mehr dran zu arbeiten. Nur habe ich halt gemerkt, es ist schwer, wenn du Single bist, daran zu arbeiten. Du musst halt schon einen Partner haben, wo du dann daran arbeiten kannst. Aber es ist schon wichtig, dass man es real vor Augen hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in meinen vergangenen Beziehungen hundertprozentig negative Vibes in die Beziehung mit reingebracht habe, wegen unnötiger Eifersucht, die nicht berechtigt war. Ja, und das nervt. Und das hat mich auch selber genervt. Auch im Nachhinein, wenn ich meine ganze Beziehung nochmal reflektiert, was auch brutal wichtig ist, kann ich nur jedem ans Herz legen, versuchen, die ganze Beziehung nochmal zu reflektieren. Und ich habe die ganze Beziehung reflektiert und habe einfach auch dann für mich gemerkt, wie mich das selber auch gestresst hat teilweise. Weißt du, wie mich das selber auch gefickt hat, wenn du immer auf diesem Eifersuchtsfilm unterwegs bist so und nicht so richtiges Vertrauen schenkst und dich nicht richtig, richtig einlässt. Weißt du, wie ich meine? Das ist nochmal ein bisschen anderes Thema mit dem Einlassen. Da habe ich auch meine Probleme, so ein bisschen Bindungsängste und so. Aber wenn das kombiniert mit Eifersuchtsfilm, ist halt einfach auch, ist nicht gut. Das bringt ein Virus in die Beziehung rein, der auch so schnell dann nicht mehr rauskommt. Mandy sagt, ich glaube, du kannst ein guter Liebhaber sein. In Anführungszeichen, du kannst. Kann, kann, können, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich habe aber auch immer gesagt, und das ist auch Fakt, dass man mit sich selber halt auch krass im Reihen sein muss. Es darf keine eigene, also ihr müsst euch schon selber krass auch lieben können, damit ihr andere lieben könnt. Ihr müsst sicher sein in euch quasi. Also ihr müsst euch vertrauen. Dann ist die Voraussetzung auch besser. Weißt du, wenn du selber am Struggeln bist, wenn du selber noch nicht der bist, der du gerne sein würdest, ne, und mit dir selber am Struggeln bist, mit dir selber am Kämpfen bist, noch zu viel, meiner Meinung nach, dann ist es auch schwer, die Frau in dein Leben reinzuziehen und auch da zu behalten, die du wirklich haben willst oder verdient hast sogar. Weil du selber halt noch sehr viel mit dir am Kämpfen bist und dann dadurch vielleicht die Beziehung, ja, nicht so schön starten kann, weil du mit dir selber noch zu krass am Struggeln bist, so. Und bei ein paar Themen habe ich das auf jeden Fall gemerkt, wie zum Beispiel Eifersucht, dass ich da noch nicht richtig für mich diesen, 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 ja, dass ich noch nicht richtig gecheckt habe, wie eine Beziehung funktioniert, so. Sage ich ganz offen und ehrlich hier auch, als ein 30-jähriger Mann, so, es ist einfach so. Ich habe, ich habe es noch nicht richtig, ich habe es noch nicht richtig gelebt und noch nicht richtig verstanden, so. Voll 100% to be honest, kann ich es gerade nicht, weil ich selbst am Struggeln bin, obwohl ich mich mal so angekommen und confident gefühlt habe. Ja, Rosie, das fühle ich, das fühle ich. Man ist manchmal richtig confident und mit sich selber im Reihen und dann kann irgendwas passieren, eine Lebensphase kommt, es kann auch manchmal nur an äußerlichen Einflüssen liegen, wie zum Beispiel Lockdown oder keine Ahnung, weißt du, wie ich meine, was dich dann so unzufrieden mit dir selber oder deinem Leben macht und dass du da am Struggeln bist, so. Ich glaube, viele sind gerade in dieser Phase, aber ich glaube, der Frühling jetzt und wenn alles wieder aufgeht und wieder ein bisschen mehr unter Menschen ist, ein bisschen mehr auch wieder diese Frühlings-Vibes hochkommen, wird sich das auch wieder auflösen, hoffentlich, bei vielen. Ich muss aber dazu auch sagen, nochmal, die andere Seite der Medaille ist nämlich auch, dass es natürlich auch sein kann, dass ein Partner in deinem Leben dich auch unterstützen kann dabei, dich selbst zu finden und mit dir selbst im Reihen zu sein. Es kann auch sein, also da bin ich auch überzeugt von, dass es sein kann, dass du jemanden brauchst, der dir hilft, da hinzukommen und es kann sein, dass es vielleicht deine Partnerin ist. Thorsten Finkel sagt, wie lange hat deine letzte Beziehung gehalten, Leon? Ich glaube, es waren zwei Jahre, Bro. Es waren zwei Jahre insgesamt. Oha, das ist krass. Mama Game sagt, das Bedürfnis zu teilen hat man doch gar nicht. Habe einmal auf Wunsch nachgegeben, nie wieder. Ich habe die Hölle da damit gefühlt geöffnet. Mama Game, schreib mal nochmal rein, wie du das genau meinst. Also hast du quasi dann gesagt so, ja okay, ich teile meinen Partner, hast du es dann gemacht und dann gemerkt, wie kacke es dir damit geht. Was ist, wenn mein Partner Karl Lauterbach... Lauterbach raut, Bro. Ich küsse deinen Herz. Borinho sagt, ich glaube, wäre der Lockdown nicht gekommen, wäre ich jetzt vielleicht schon verheiratet und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es anders kam. Dann ist doch gut, Bro. Alles passiert aus einem Grund. Peter sagt gerade, wenn man was über das Flirten lernen will, ist Matteo der Beste. Matteo ist geil, Bro. Das sage ich dir ehrlich. Ich war skeptisch am Anfang. Ich habe mir gedacht, so okay, wer will mir noch was beibringen über Flirten, über wie geht man mit Frauen um, also wie klärt man auch Frauen und sowas und als ich dann, als ich ihn dann kennengelernt habe und ein paar Talks mit ihm gemacht habe, habe ich echt gemerkt, der Typ hat es drauf. Also an alle, die Interesse daran haben, auch so ein Coaching zu machen in so einem Bereich, dann checkt auf jeden Fall mal Flirtforschung auf YouTube ab oder Matteo Diem auf Instagram. Yes, sir. Gute zwei Jahre die Beziehung von dir, fragt der Thorsten Finkel. Ey, ich sage dir ehrlich, es gibt kaum eine Zeit in meinem Leben, obwohl die Zeit in Tulum war auch krass, aber diese Beziehungszeit, das war ja auch meine erste richtige Erwachsenenbeziehung, die ich hatte so und das hat mir halt sehr viel über mich selbst beigebracht, über wie ich in einer Beziehung funktioniere und ja, wie ich ticke so als Mann auch. Also es hat mir sehr viel gezeigt und es hat mir sehr, sehr, ich habe früher immer gesagt, ja, wenn du in eine Beziehung eingehst, muss es die richtige sein. Ich gehe nicht einfach so eine Beziehung ein, sondern ich warte auf die richtige, weil sonst ist es Zeitverschwendung. Aber ich habe gemerkt, es ist einfach keine Zeitverschwendung, weil wenn du die Person richtig liebst, dann reflektiert sie dich auch krass, weißt du, und da lernst du krass viel über dich selber und über dein Verhalten auch als Mann und so. Deswegen sage ich dir ehrlich, die Beziehung zwei Jahre war eine gute Zeit, war eine Zeit, die ich auch für immer in Ehren halte und ich habe auch immer noch Kontakt mit meiner Ex. Das ist mir auch wichtig, weil ich habe sie halt wirklich auch im Herzen eingeschlossen.